hallo liebe nerds und willkommen zurück zu Witcher 3 ja wir sind angekommen in wählen und jetzt müssen wir schauen was so als nächstes anliegt ein paar kleinere aufgaben haben wir hier schon erledigt auf der weltkarte gucken immer schon ein bisschen umhergereist aber wir haben noch nicht viel gemacht aber wir sind gerade hier oben gestern haben wir noch eine aufgabe mit dem priester gemacht jetzt müssen wir schauen ob wir hier in der ecke noch was finden was hier noch so los ist schon mal hier sind auf das mit dem tauchen das ist jetzt ein bisschen besser gestern wohl zu laut so schauen wir mal hier hast du interesse an einem passierschein hier gibt es die billigsten passierschein über was für glück ich habe noch ein paar zu verkaufen ich habe aber kein geld was dafür könnte ich mich als radowid verkleiden und eine vergoldete kutsche kaufen was soll ich machen wenn du es dir nicht leisten kannst nein kann ich mir nicht leisten nein danke hey halt mal ich hätte vielleicht etwas arbeit für dich wenn du die gut machst gehe ich mit dem preis runter was für arbeit was für arbeit in der nähe ein stück im südosten hat mein schwager sein geschäft er reinigt mit seinen leuten die schlachtfelder leider hat er dauernd ärger mit diesem geschmeiß du weißt schon monster die von leichen angezogen werden beschützt ihn dann kriegst du einen hübschen rabatt ich habe noch keine täuschungsstufe okay ich denke drüber nach na gut mal sehen was ich tun kann entschuldigung dass ich einfach auf mich und geht verdammt noch mal nicht hin als alles was habe ich denn so für quest das sind glaube ich die hauptquests die beiden zeit darauf in den anrufen möchte ich auch noch nicht deutsche papiere für den leben auf 33 nenne so weit bin ich noch nicht okay dann muss ich wohl oder nein muss ich nicht ich werde wahrscheinlich dann wohl erstmal ein gutes herz mit werde mal ein paar besondere orte auf der karte besuchen kommt kein monster in deine nähe wenn du alle öffnungen mit knoblauch zu hexen jäger neuer markierer kann ich nicht glauben nein wirklich nicht auch eine aufgabe gewählt du möchtest mit mir reden was willst du ich bin wegen der nachricht hier gibt es ein monster problem problem sehr hübsch wir haben kein problem wir sitzen bis zum hals in der scheiße ist irgendein verficktes ich weiß nicht was im wald und greift jeden beschissenen transport an der es wagt die hauptstraße zu benutzen wir haben bald keine bolzen mehr keine pfeile keine ration wir sind am arsch wir haben eine patrouille losgeschickt aber die ist nicht wiedergekommen es ist also ganz einfach bring mir den kopf dieses scheiß fies und ich gebe dir so viel gold wie in der nachricht steht ich falsche nicht der quartiermeister lässt sich nicht umstimmen aber ich kann einen passierschein über den pontar drauflegen was sagst du klingt angemessen mal sehen was ich tun kann da krieg ich auch einfach noch eine frau als du das ist um hilfe bitten und dann hinter den rücken anschreien das sind die richtigen das ist ja machen wir doch gleich ein bisschen geld auch geld und viel los da sind ja level 90 super da habe ich den falschen zauber eben end ihr schwein so das sind die hunde der wachen okay ich dachte schon jetzt kommen noch hunde die wache holt gut rein das ist schon dieser bruder ne ich will jetzt nicht mit dir reden mein rückgrat bricht die wache da seid ihr sicher nicht aber sonst nix rum wundert mich bei der quest mpc nenne ist der alles 200 schritt noch so der blümchen wir haben doch das pferd nehmen und laufen sind vom pferd aus kann ich keine pflanzen sammeln aber da noch so viel reichen könnte man eine stunde rasten um alles wieder aufzufangen idee tatsch ja gut leben ist auch wieder voll so anzunehmen wechseln haben wir hier wenn was oder jemand reden kommt raus ich tue euch nichts mh hallo oh kinder wann hast du zuletzt was gegessen vor einer woche ein halbes verkohltes eichhörnchen und eine handvoll beeren was macht ihr hier alleine wo sind eure eltern die schwarzen haben sie getötet aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen zu viele mäuler zu stopfen hieße ich habe selbst nicht so viel geld aber hier essen habe ich keins aber vielleicht hilft euch ja dies danke hier für dich weil du nett bist schwarze 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 ist das nicht schön wenn man mal ein bisschen was von seinem bisschen hat ein bisschen hab ich nehmen wir ja nicht ganz arm ne auf 25 und kann ich mir wohl noch leisten müsste man auch hier mal die 11 grad kram die blume da ist 30 sammeln bisschen durch gestern nachher fehlt mir dass wir dann stehe ich da mich ja gestern sagte uns hetzt ja nichts habe ich wieder spitze gemacht ich tu mir immer weh bei euch geblendet stacheln wahrscheinlich rotes mutter ist schon mal gut wir sollen roten dazu packt was schaden bei starken angriffen 5 prozent weiter ablenken weniger leben die haben hier aufgerollt zerrissen und abgenagt hier haben nekrophagen gefressen aber diese wunden sind alle nach dem tod entstanden geplündert entweder hat jemand die ladung nach dem monster angriff gestohlen oder das monster hat was für armee bestände übrig ja vielleicht man das schon mal nicht sieht nach blauen spuren aus aber hier ein pfeil der schafft es direkt an der haut abgebrochen er versucht seine spuren zu verpacken fußspuren ein überlebender entweder das oder das monster ist ein mensch hier stimmt was nicht ich sollte diese spur verfolgen ok dann folgen wir der spur vom sherlock da müssen wir hin da müssen wir lang ich gehe durch die bische oh ganz ja ich weiß grünzeug wieder so piest trunkene hier ein bisschen fragen sehr also versichert heute doch noch Öl hier muss auch noch ein bisschen Öl drauf ich sollte mich ein wenig umsehen ich sollte mich ein wenig umsehen ich sollte mich ein wenig umsehen ha 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 ertrunken oh verdammt abgestochen verdammt oh verdammt doppeltreffer ja habe ich alle ich auch monster hirn ertrunkenen hirn ertrunkenen hirn ertrunkenen hirn ertrunkenen hirn ertrunkenen hirn na ist sie noch ok hier muss ich lang der weg stimmt komm wir hin hier bornblatt 2 2 2 zahnblüten mhm ein elb einen schritt weiter und du kriegst noch ein loch in den kopf deine was willst du hier rede ich muss mit eurem kommandanten reden es ist wichtig ich traue dir nicht das dachte ich mir schon als ich deinen bogen auf mich gerichtet sah du hast mich doch im blick und ich neige nicht zu dummheiten da kann ich dich beruhigen ich bin beruhigt wenn du mir deine waffen gibst los deine schwerter lass sie fallen dann bringe ich dich zu bernossiel mhm mhm nein ich fürchte ich bin nicht einverstanden ein fehler dein letzter help me ein sechs bodenschippen hast du dich schon mal ja kommt schon wer will noch was warum klappt das blocken nicht mehr ein schädel weniger dann geht auch da sind sie ab die beine jetzt habe ich sagen jetzt zurück ganz viele ganz viele aber ein so ich bin hier so blöden ast hängen hier hier sind ja ganz viele von alleine weg ist Er möchte da was von... was von Haupt... Banditen... Leeres Band... So mag ich meine Banditen, die leer sind. Das ist... Ja, ich weiß, ich muss eigentlich zurück und die Gabe abgeben. Aber... Das mache ich jetzt. Die paar Meter, die schaffen wir jetzt auch noch. Dann schmeißen wir es auf Plätze und dann geht das auch ratzfatz zurück. So. Hier was Neues. Da kann ich gar nichts. Tragene auch nicht. Weißer Honig könnte ich. Das ist auch schon mal heavy. Immer noch für Geisteröl. Immer noch. Mal pflanzen. Irgendwie fehlt einem doch immer. Was haben wir denn da? Ach der Schatz. Was ist das denn? noch ein paar Öle. Oh, okay, Rümpfschwolle, Stufe 15. Ich bin ja nicht bemerkt. Speichern wir mal und dann probieren wir es. Oh, die schmeißt. Alter, trotz, dass ich so viel Damage mache. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Sie geht ja ab. Oh, oh, oh. Oh, gut. Oh, die Szenenlevel über mir. Soll ich nochmal versuchen? Ja, super. Boah, jetzt hättest du mich auch noch erwischt, du blöde Kuh. Okay. Ja, da wäre sie vielleicht doch ein bisschen zu. Ja, da komme ich halt nochmal zurück. Das soll ja nicht das Problem sein. Ja, ich weiß, ich kann meine Trankvorräte aufhören, indem ich meditiere. Wo ist denn Plötze? Komm her. Rüttel zur Aufgabe. Komm schon, Plötze. Hm, das reiten wir erst mit dem Krieg. Aber ich komme nicht. Schatzfeld. Schatzfeld. Rühe oder später. Ups, nach rechts. Gerade eben so die Kurbel gekriegt. Hier waren die Kiddies. Auf denen geht's gut. Wenn es so clever war, den Geld zu geben. Na, so ganz schön, doch, ganz schön weite Wege. Lauf, Plätze. Oh, läuft hin, wo er will. Lauf doch jetzt. Ich hab doch alles. Ich dachte, du sollst einfach nur geradeaus und der entlauft nach links. Hör auf. Das soll ich versuchen, alles zu gewinnen. Oh, ich hab deine Aufgabe erledigt. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Scoillatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchen-Schweife. Scoillatel, sagst du? Ach, und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierer. Wow, 30 Gruppen. Geh Glück. Nein. Das war eine Menge Geld. Das war natürlich Sarkasmus. Das war natürlich nicht genug Geld. Dass ich so viel reisen musste. Arbeit für dich. Arbeit? Ja, auch. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie. Dann kriegst du was ab. Abgemacht. Na gut. Abgemacht. Was macht ihr denn jetzt hier? Kommt ihr jetzt oder? Neben Quests? Was? Ich habe eure Ernte. Hier nur Öl drauf. Ich will das noch drauf. Da kommen sie auch schon. Hä, du Kugel. Einen nur weniger. Und der zweite Weg. Da kommt wohl noch mehr. Mein Rückgrat bricht gleich jetzt wein. Da hinkommen wir weg. Da kommt ja. Hast du dir in die Hose gepisst? Aber das tut mir leid. Oh, krank. Geben rauf. War nicht clever. Da habe ich viel Schaden kassiert. Ein Goldzahn. Ein Goldzahn? Lebt denn der Kumpel noch? Ja, der lebt noch. Zum Überleben. Sonst ist meine Quest, glaube ich, gespittert. Nein, was ist das? Ja, aber was ist das? Eine Mulderhaut. Oh, verdammt. Was ist das denn? Komm schon. Oh, Mann. Weiter kommen wir noch mehr. Was habt ihr denn jetzt von mir? Ich bin hier, um euch zu beschützen. Du sagst Bastard zu mir. Ehrlich. So ist das hier, sozusagen. Meine Hälfte und getrossen beleidigt. Oh, verdammt. Verdammt. Bin in die Ecke getrieben. Und noch der eine. Oh, Mann. Ich muss mal ein Silberschwert reparieren. Puh. Das ist kein Leichenfresser. Nee. Schwere, schwere Geburt heute. Was? Gute Arbeit, Hexer. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Was gab's dafür? Die 6. Hoffentlich sind wir hier weg, bevor die Leichenfresser auftaucht. Ich hab auch noch eine Person in Not. Gut. Okay, ich sag ja mal Silberschwert. Ich werde muss die Clipper reden. ein neues wünscht das schön jetzt wieder schrecklich diese gebühren der könig hat sie festgelegt du schon wieder willst du einen schein ich mache dir einen sonderpreis und was ist ein angebot ich bin deinem schwager nämlich schon begegnet er und seine männer können in frieden arbeiten das ändert alles ich muss drüber nachdenken bis dann ich will entkaufen um die quest zu beenden weil ich hab den doch schon das wäre nämlich sehr doof das ist ein bandit ne das verkrieg ich nicht mehr ich spreng dich um Fötet ihn! Holtet ihn! Werft ihn in den Graben! Erledigt Und die weniger Nein, noch zwei Da hab ich noch in der Luft gefangen Ah, so ist schön Wo ist denn hier Der nächste irgendwo hier ist der Typ Ah, ist der Typ Hier, zum Stück Na gut, das ist eine Herausforderung Los meine Lieben, an die Arbeit! Keine Angst! Auch alle so hoch, ne? Verdammt! Nur am blöden wir Der Bogenschutz Der ist jetzt schon mal erledigt Ja, der Bastard zaubern! Super, wenn du eine Macht von mir Mond halten und kämpfen So geht's auch Das war jetzt mal Leben Das war mir jetzt so egal Ja, ich lass dich gleich ausmachen Ich muss erstmal hin Ich muss ihn aufräumen Ich muss ihn aufräumen Ich muss ihn hin, wenn ich nicht erstmal loot Schema So Jetzt ist du raus Was? Der möchte nicht mehr Also Den erst rauslassen Öffne doch einfach das blöde Scheißding Oh Der will ich mir mehr reden Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf Hab Waren für die Armee Aber für dich mach ich eine Ausnahme Sehr nett So Wo müssen wir denn überhaupt Hinten? Boah Händler Vorbeibald Muss ich mal einen Schmied finden Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf Hab Waren für die Armee Aber Hinten? 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 Heute gibt es erst sehr spät Was Heute grillen wäre Passierscheine für Novi Hall Ich brauche keine Passierscheine Hinten? 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 das schlecht geht nur vier ich sie für nichts gelben hierfür gelben nichts kein geld mehr erst habe ich wissen ein bisschen platz und schon geld jetzt kommt er ja da ist das pferd ist immer gut hey setzte auf da ich habe euch gleich mit der steuerung und ich bin aber noch viel zu hektisch wo bist du jetzt ich glaube Ah, das sind für kleine Garstige Biester, sind ja garstig flink. Boah, da war ich garstig. Herrlich. Das ist okay, ne? Neue. Neue. So ne Kiste. Kiste. Und weil da war noch Stuff. Können wir da reingehen. Dann knappen wir uns ins Dach erstmal. So. So, jetzt. Komm schon. Weiter rein. Ein Ölmälder. So. So. Ich meine die Monsterhöhle, ne? So. Ausgelöst. Oh. Oh. Ehrenrüstung. So. Ist schon gelootet. Da ging aber fix. Es geht. Pilze. Oh. St эта kam. Oh Gott. Ist ja hier echt schnell. Oh. Ganz schön viele. Da ist ein Krieger bei Sehr schön Oh, da kommt noch einer Die ging gut ab, muss ich sagen, wenn sie so klein sind Und die nicht tut So Was ist denn? Warte, glaube ich, zurück Ich bitte erstmal Der Alkohol Alkohol ist gut Belik Und so weiter, weil das War noch nicht Hier ist er Seck das irgendwo Warte, dann machen wir die Höhle auch Sauber, ne? Nichts wie raus So 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 So